Was zahle ich denn für nen? Achso das kann ich nur gar nicht bauen. Alex, du brauchst noch was. Ähm warte kurz. Ich muss auch noch nen Krieg erst mal führen. Oder nen Kampf. Kein Krieg. Ein kleines Geplänkel höchstens. Wie viel Gold haben wir so? Ähm, Kapschwald. Nö, die behalte ich. 44. 177. Schade, dann habe ich am meisten Gold. Ich wollte mir einfach nicht mehr Gold leihen. Kannst du mir Gold geben? Ähm, wer wollte das vorher Elfenbein? Ich wollte Elfenbein. Hast du es mittlerweile? Ich bräuchte Gold. Ähm, du kannst mir mal einen. Ähm, ja ne, aber du hast noch keine 2. Felix, Alex, könnt ihr mal weitermachen oder machen? Doch, ich bin gerade am 2. Ja, aber mach das erstmal fertig, sonst sind deine Bürger noch unzufriedener, wenn du kurz dieses Elfenbein verlierst. Ja, wo sieht man eigentlich da, was man... In der Diplomatieübersicht. Hier schreckt Gold. Jetzt passt. Ne, ne, stopp. Eine Runde. Also, entweder kannst du hier in die Diplomatieübersicht ganz oben rechts und dann auf jemand klicken, dann siehst du, was du handeln könntest. Ähm... Also nochmal... Ähm, was, was würdest, was würdest du mir denn anbieten für... Ich würde dir ein Wein anbieten. Okay, ein Wein. Schade, sonst hätte ich 5 Gold pro Runde gesagt. Ja, okay, passt. Gold pro Runde. Oh, brauch ich auch. Meine Forschung geht auch schon komplett down. So, da muss ich mich wieder zurückziehen. So, und sich mal mit dem Weg zwischen den 2 Städten bellen, dann bekomme ich wieder das Goldbonus. Dummdi dumm. Ja, aber ich verstehe nicht, warum es meinen Leuten schlecht geht. Ich check das nicht. Wegen der Größe, da musst du wirklich... Also, wenn du so auf große Städte gehen willst, musst du halt wirklich schauen, welches Gebäude gibt Zufriedenheit. Aber wenn du kleine Städte hast, dann kannst du andere Prioritäten setzen. Achso, sorry, hab gar nicht auf weitergedrückt, okay. Ja, ich schau jetzt mal kurz, was ich als nächstes baue. Pyramiden ist. Pyramiden gebaut. Und da ist Dave wieder vor. Sehr schön, sehr schön. Aber ich bin irgendwie immer noch Vorletzter. Ja, ich würde auch gerne mal irgendwie so ein Dings bauen, so was Special. Special. Aber irgendwie habt ihr ja gesagt... Ja, es kommt drauf an. Also, auf was willst du denn gehen? Wenn du Krieger sein willst, würde ich dir empfehlen, die große Mauer zu bauen, zum Beispiel. Ah, okay. Also, wenn du die einmal hast, dann kannst du davon ausgehen, dass du bis ins Jahr 2000 kein Problem hast. Gut, ich habe jetzt gerade offene Grenzen mit Deutschland ausgehandelt. Ach Mist, was mache ich denn? Also, Deutschland hat anscheinend hier wieder irgendwie so ein bisschen Ruhe geklärt. So, dann hole ich mir doch als nächstes... Ja, Entschuldigung. Kein Problem. Komm, komm, komm. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir haben immer noch die Einzigen, die Deutschen sind, die ich gefunden habe. Mein Bogenschütze. Ich habe nur Dave, Washington und mich selbst. Wenn du Washington gefunden hast und Bucharest, dann müsstest du mich doch eigentlich auch sehen. Nee, ich habe nur eine Washington-Einheit gesehen. Mehr habe ich nicht. Oh. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Aber Bucharest hast du gefunden, oder? Ja. Ja. Oh mein Gott. Bist du unter Bucharest? Direkt neben mir, du fies. Ich bin jetzt bald in Bucharest. Du bist bald Bucharest, sagen wir es so. Nein, nein, ich nenn's um. Irgendeinen japanischen Namen muss ich geben. Ja, das ehemalige Bucharest, sagen wir es so, das ehemalige. Kamehameha? Genau. Also ich habe hier eine... Kamehameha heißt doch eine. Ja, aber das ist eine Poly... Du heißt doch. Ja, irgendwie so ein Inselstaat. Ja, genau. Dave, bitte weiter. Ey, ich habe gerade zwei Bautrupps erforscht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit so vielen Bautrupps machen soll. Ich stelle die auf automatisch. Ja, aber ich will schon entscheiden, was sie machen. Die AI ist mir da zu blöde. Also... Ach, man kann die Bautrupps machen. Ach, stimmt. Ihr Speer geht jetzt endlich mal da rüber. Gibt's doch nicht. Da ist Baumwolle. Ah, verdammt. So, kann ich den eins haben. Hier geht den erst weg. Oh, ich brauche so dringend irgendwas. Edgers Position. Und was wäre irgendwas? Irgendwas wäre... Irgendwas. 200 Gold oder weniger oder mehr Zufriedenheit. Oh, oh, oh. Wer ist das? Ich bräuchte gerne mal wieder ein halbiges Plus beim Gold. Da hab ich... Best Bautrupp, mach schneller. Ah, ich hab die Japaner. Hallo. Warte, ich hab... Die haben sicher, glaube ich, eh schon eins. Ich hab dich eh alle drei schon gefunden. Ja, leider. Du musst irgendwie auf einem anderen Kontinent sein. Warte, du kannst... Du kannst mich gleich mal erkunden hier bis hin. Also ich komme jetzt endlich mal an den Deutschen vorbei, weil ich offene Grenzen ausgehandelt habe. Das ist mir schon mal... Ja. Ja. Gut. Wahrscheinlich befindet sich irgendwie eine oder Städte genau hinter der Bergkette, in der ich verschanzt habe. Ähm, 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 ähm... Fedex? Ja? Ich bräuchte Silbe. Könnte ich dir geben? Eins. Aber Vorsicht, also ich hab den Tipp dir auch schon Alex gegeben. Du brauchst zwei. Wenn du eins nämlich, nur eins hast und das dann vergibst, werden deine Bürger unzufriedener. Ja, okay. Stimmt, komm. Ich weiß gar nicht, wie kriege ich das denn? Wenn du mehrere Ressourcen hast davon. Ach so, na verdammt. Ich hab nur eine Minute bis jetzt. Meine Bautrupps bauen seit gefühlten 100 Jahren an dieser hässlichen, äh, Elefanten-Ding da. Ähm, ich glaube ich hab grad nen Bautrupp dazu verdonnert, zwei Runden lang nix zu tun. Ich depp. Oh, die Drecksäcke haben Atlanta gemacht. Das macht dem bestimmt nix. Ah, ihr blöden Barbaren. Das gefällt mir gerade gar nicht. Hab ich momentan echt keine Probleme mehr. Oh, ich hab Wein jetzt. Ich hab dir hier bisschen Wein weggezogen. Ach ne, ist egal. Das kann schon in deinem Territorium quatschen. Hallo? Dann müsste ich nur versuchen mal dieses Elfenbein zu kriegen. Hallo, wer bist denn du? Hallo, wollen sie Staubsauger kaufen? Ich habe ein paar wunderschöne Hoteller gerade dabei. Was? Sind die von Dyson? Oder wie die hässliche Marke heißt? Ich hab keine Ahnung wovon ich verticke die nur. Hehehehe. Währungen. Ich bin ja ein Osmaner. Für Währungen brauchst du Mathematik? Mathematik, ja. Wenn du Mathematik hast, hast du Währung. Ja, ey, ich hab so viele Einheiten. Ich mach die echt mal auf automatisch. Das dauert mir zu lange die alle zu bewegen. Automatisch oder Bereitschaft? Das ist meine Idee, Mann. Aber du... Du Kolm wünschst, dass Rio de Janeiro eliminiert wird. Und wenn ihr Rio de Janeiro eliminiert, dann greift mir Deutschland wieder an. Ja, ich hab Schlaraffenland gefunden. Und Schlaraffenland greift irgendwann mal an. Genau, und diese blöden Bogenschützen müssen sterben. Die haben nämlich mein schönes Weizenfeld geplündert. Die Bösen. Ich hätte jetzt so gerne... Ich bin an Deutschland vorbei, meine Damen und Herren. Ich bin an Deutschland vorbei. Mit meinem Speertrupp. Glückwunsch, genau. In einer gefüllten Ewigkeit. Wenn du nicht schlagen kannst, dann verbinde dich so lange mit ihm, bis du entschlagen kannst. Mensch, aber wer ist dieser unbekannte Spieler, der auf Position 1 ist? Naja. Biss man. Ah, okay. Okay. Ähm... Es wird mal Zeit für Straßen, hab ich das Gefühl. Ich hab nur nicht eine Straße gebaut. Ich hab in meiner Hauptstadt einfach hängende Gärten gebaut und hab immer noch keine Nahrung. Ähm... Baust du grad Siedler vielleicht? Und ich hab immer noch keine Kohle. Ich krieg immer und immer weniger. Äh, ne, ich brauch grad Bibliothek. Das wundert mich dann. Ach, egal. Zumindest wird's mir jetzt mal nicht sein. Übrigens, was ich immer mach, wenn ich auf hängende Gärten gehe... Bitte weitermach. Ist, äh... Ich mach dann den Produktionsfokus oder den Wissenschaftsfokus an, weil... Die hängenden Gärten versorgen praktisch die ganze Bürgerschaft. Und dadurch wächst du halt auch nicht so schnell und dadurch kriegst du nicht so viele unzufriedene Bürger. Okay, dann schau ich mal, dass ich jetzt hier mal ein bisschen auf Wissenschaftsfokus gehe. So, Wissenschaftsfokus. So, dass ich meine Speer nicht irgendwie aufwerten kann. Äh, deine Speer, da brauchst du öffnen. Ja, dann muss ich erst Kämpfer, dass ich nicht einfach so aus dem Stand heraus aufwerten kann. Achso, ja. Okay. Ach, das liegt an der hässlichen Seite. Ja, klar. Ah, jetzt blick ich durch. Aber das kann eigentlich nicht sein. Also, ich kenn das gar nicht so, wenn du... Das ist nur ein Bonus, den du da kriegst, um weiter zu wachsen, brauchst du eigentlich diese Ressource nicht. Ja, ich, ich, wachsen tue ich ja, nur meine Stadt wächst halt erst in 100 Stunden. Bin ich eigentlich gerade komplett bekloppt, Leute? Bin ich gerade komplett bekloppt? Bin gerade bei meiner Hauptstadt und überlegen, was ich die ganze Zeit baue, weil ich keine Gebäude bauen kann. Und statt dass ich mir einen zweiten Bautrupp zulege, baue ich die ganze Zeit reinhalten. Naja, du hast ja auch Krieg geführt. Ja, aber jetzt nicht mehr. Warte. Mit einem Bautrupp ist er doch noch ein Dezent. Ach, jetzt verlangen, jetzt verlangen zwei Städte die Ressource Seite. Das ist super, ja, da freu ich mich. Ja, Seite hätte ich genug Seiten, Seite könnte ich wirklich reich werden. Und ich hab, und ich hab plus zwei, äh, zufriedenheit. Einen Stadtstart hab ich, die Grenzen seh ich zumindest. Mal sehen, vielleicht ist er eine Grenze. Seit ich auf Wissenschaftsfokus gestellt hab. Also, Gott weiß warum. Steinmetzkunst, die... Muss ich jetzt hier auf Goldfokus stellen, oder? Junge! Die Steinmetzkunst ist bei mir in 48 Runden abgeschlossen. Okay. Wegen, wegen meiner, meinem extremen Haushaltsdefizit von minus 14 Gold. Minus 14, oh, das ist aber echt nicht gut. Ich hab... Ja. Ich hab grad minus 5. So, wo baue ich denn dann die nächste Straße hin? Aber dafür erforsche ich ja grad Währung. Und das geht am schnellsten, wenn ich's von hier aus baue. Nächste Runde. Ja. Oder 1, 2, 3, 4... Moment, ich muss kurz rechnen. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9... Ösi, beschreib mal kurz deine Lage auf der Karte. Ja, ich kann hier nicht viel beschreiben, ich bin auf einer Halbinsel und ähm... Rechts unten auf der Karte, sag einfach wo circa du bist. Ich seh' die ganze Karte nicht. Ähm... 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 Das wäre... Aber ich jetzt gleich weiß. Also was mir echt so fehlt... Hoffentlich. In den letzten Teilen konnte man ja immer sein... Kuala Lumpur. Keine Ahnung, was das für ne Stadt ist. Die hab ich jedenfalls gedeckt jetzt. Ähm... Was wäre jetzt rein theoretisch... Nur mal rein hypothetisch... Äh... Gedacht, wenn ich jetzt neben... Äh... Ach ne, ich hab selber Eisen. Okay. Ähm... Ich hab Gold dazu bekommen. Dave, du hast links neben deiner Grenze... Stein. Links oben hast du gleich Eisen zu bekommen. Ah, okay, cool. Normalerweise fehlst du mir mal an Eisen. Ich müsste auch echt mal die Eisenverarbeitung erforschen. Das Forschungsdefizit ist weggegangen, nachdem ich meine Städte verbunden habe. Jetzt habe ich jetzt das schön... Genau, Straßen baue ich jetzt auch. Das habe ich zu lange aufgeschoben. Ähm... Der hätte hier so viel was Geld produziert und... Ich stelle mich jetzt kurz an, der Junge. Ja. Warte, Dave. Aua. Welchen hast du noch? Äh, ich hab... Warte mal, ich zähl mal, wie viel hab ich denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Ich hab sechs Bautrupps einfach. Den muss ich mal echt verkaufen. Alex, willst du nicht einen Bautrupp kaufen für 100 Gold? Ich hab glaube ich auch vier. Für 100 Gold? Ja, ist günstig. Ist das... Warte, warte. Wie viel hab ich? Eins, zwei... Zahlt zwei, nehm einen. Na, ich hab drei, aber drei reichen mir völlig. Der eine steht... Na, vor allem kosten die auch Unterhalt. Scheiße. Gar nichts. Jetzt hab ich zwei Elfenwein übrigens. Ah, okay, dann... Ja, du hast zwar auch gleich dein eigenes, äh, Wein vorkommen, aber so lange... Ich hab schon mein eigenes Wein. Ne, hast du noch nicht. Ähm, warte, Wein an sich brauch ich nicht. Ich schau mal kurz, was du sonst noch zu bieten hast. Warte. Ja, sonst hab ich nix zu bieten. Ich lehn das mal kurz ab. Gold, okay. Ich könnte dir... Aber so viel Gold hab ich auch grad nicht. Ah, Deutschland. Silber und Gewürze brauch ich aber sowieso ganz von beiden. Ich bräuchte Gold. Ich denk noch mal das nach. Ich bin jetzt noch mal ganz kurz weg. So für eine Minute. Okay. Oder kurzer noch. Hast du dich auf nächste Runde gesetzt? Ach ja, warte. Stopp. Mach ich gleich. Ich mach kurz Einheiten noch. Die schick ich noch kurz bisschen weiter. Ja, genau. Ja. Okay. Ey. Wunderbar. Kann ich wenigstens weiter machen. Ey. So, baut deine Plantage. Oh Gott. Speer, sag mir was das für ein Ort ist. Katamundo. Wieso? Katamundo. Kennt auch sicher keiner von euch, oder? Katamundo. Ne, sagt mir nix. Lila. Konstruktionsrate. Oder... Ich krieg wenigstens noch die Gold. Du meinst es jetzt in Real Life, oder? Ach so. Ja, sagt mir nix. Aber auch nix hab ich nicht auf der Card. Mir sagt es auch in beiden... Mir sagt es jetzt nur, weil ich es da gefunden hab. Aber ich hab's auch nie gehört. Genauso wie ich... Kuala... Kuala Lumpur müsste auch so ne... Kuala Lumpur. Müsste auch so ne Insel Dings sein. In Polynesien und Indonesien da. Judischen Ära kenne ich. Stockholm kenne ich. Äh... Oh, ich weiß echt nicht was... Ich hab ne neue Politik und ich hab keine Ahnung, was ich mir nehmen soll. Soll ich Wirtschaft nehmen? Naja, komm, versuchen wir's. Ja toll. Es... Es bringt mir grad mal drei Gold. Verdammt, wie unnötig. Gut, dann geht's erst mal nach Norden. Ich einfach immer noch nur in der Steinzeit der Besten. Ne, Steinzeit kann's nicht mehr sein. Müsste... So, jetzt hoffe ich, dass ihr noch nicht fertig seid. Sehr schön. Ey, ich glaub, dein Ding hat immer wieder... Ne, ne, ich hab's nicht vergessen. Ich hab nur wieder so... Unfurchtbar viel zu tun. Achso. Ne, gut, wenn ihr eh noch ein bisschen was machen wollt. Geh mal PV. Jetzt, äh, kann ich. So. Ist der Alex nicht weggegangen? Ne, ich bin wieder da. Also, bei mir sieht's hier dezent scheiße aus. Nach wie vor. Also, jetzt läuft's gerade anmählich wieder etwas. Also, ich bin grad dabei, mein erstes Schiff zu bauen. Dann kann ich mal versuchen, dich über den Seeweg zu erreichen. Ja, mein zweit... mein erstes Schiff ist auch in 20er und schräftig. Ach, der Schade. Dann geb ich dir mal ein bisschen Entwicklungshilfe. Ja, das wäre sehr nice. Ähm... Ich hätte jetzt entweder... Warte, stopp, ich muss grad noch mal schauen. Ähm... Ja, mach's... Wird ich eigentlich super neustadt... Äh, ach komm, mach ich ja ne neustadt. So lange ich noch bei Deutschland durchgehen darf, mach ich mir noch Siedler. Schick dich an ihm vorbei. Er hat das immerhin nicht gesagt, dass ich ihm keine Städte in mir trauen darf. Ach, ja. Back in business. Wah. So, Speer... Ich glaub ich nehm jetzt dann Bukarest erstmal ein. Production... Ich würd gern Hamburg, München und Köln einnehmen. Ich werd wohl Hanoi annehmen müssen. Da darfst du noch warten, glaub ich. Die Armen. Dann muss ich jetzt... Bauen. Ich hab schon wieder keine Wissenschaft. Das ist so geil. Es dauert zwölf Runden... Dann könnten... Was? Wieso? Für was braucht man eigentlich Wissenschaft? Genau. Forschung ist elementar wichtig. Das Problem hab ich noch nie gehabt. Ja, ich auch noch. Ich hab noch mit Herrn Plus 21. Ja, ich auch noch. Macht's bitte mal weiter, oder? Äh... Bin grad noch... Äh... Ich auch. Epilepsie Show... Stroboskop. Strobo Disco. Alle machen mit. Wir müssen irgendwie nur noch die ähm... KI dazu hören, dass sie das auch macht. Und wir müssen jetzt voll klicken hören. Ja, das ist ganz leise, glaub ich, hör ich's. Ganz leicht. Ich freu mich schon, wenn endlich mein neues Mikro komplett da ist. Ja, was machst du jetzt? Erhebst du es jetzt die ganze Zeit in der Hand, oder? Die... Russland. Ich hab Russland erhebt. Okay. Ru... Ich hasse ja Russland. Also, ich mein jetzt nicht dieses Land an sich. Ich mein jetzt... Im Spiel ist Russland echt furchtbar, weil die expandieren bis aufs geht nicht mehr. Der Russe kommt, der Russe kommt. Wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus mit Russland? Wie sehen wir die denn gerade gesehen? Neutral. Hä? Ich check's nicht. Ich blick's nicht. Rechen... Jetzt hatte ich grad wieder plus null Zufriedenheit. Und jetzt hab ich auch immer wieder plus drei. Hast du grad ein Kulisseum gebaut? Leck mich doch. Oh oh. Nö, ich hab gar keinen... Oh Gott, die menschen Sachen. Ah, du hast... hast du vielleicht deinen Wein gekriegt? Ja, Leute, jetzt... Jetzt häng ich schon wieder wahrscheinlich fest, weil ich nicht weiterkomme. Hast du dein Wein gerade angebaut? Vielleicht. Das kann sein, doch, doch. Das kann sein. Dann wird's das gewesen sein. Hey, und ich find's grad echt so blöde, dass es dir so schlecht geht. Ich würd dir wirklich wünschen, dass ich dir helfen könnte. Ja, jetzt suche ich... Ich bin eh schon auf eigener Faust am suchen. Wenn ich dich entdecke, schenke ich dir 100 Gold. Das wär nice. Tja, mach nämlich bis zum Minus 16 Gold. Das ist echt nicht schön. Ich würd dann... Ich würd dann halt so... Ich würd dann halt so... 2.000% Zinsen dann wieder. Grat mal, das ist ja ein super Angebot. 2.000% Ja, bis jetzt... Apropos... Apropos Zinsen, ja. Oh, jetzt komm. Ich hab heute mein Sparbuch gekündigt, ja. Da waren 830 Euro drauf. Nach zwei Jahren, wo 830 Euro drauf waren, hab ich 1,36 Euro Zinsen. Ja, scheiß Sparbuch. Boah. Boah. Kann man vergessen. Und jetzt hab ich das auf ein anderes Sparbuch gedacht. Also 1,30 Euro. Aktien kaufen. Deutscher Speer, russischer Krieger, russischer Krieger, lauter Deutsche und Russ. Alter! Diese fiesen Barbaren greifen mich tatsächlich an, obwohl sie so extrem in der Niederzahl sind. In der Minderheit, in der Minderzahl, verdammt. Deutsche Sprache, Speerische Sprache. Hey, ich bin werkehandicapt, ich bin Österreicher, okay? Ich kann ja sowieso nicht richtig Deutsch, heißt es zumindest. Patsituation. Ja, das heißt halt. Ja, scheinlich ist es auch so. Ich meine, ich kann ja noch halbwegs gut im Dialekt, äh, nicht im Dialekt und so. Hochdeutsch. Sagt mal, ähm, warte mal. Leck mich doch am Zickerli. Ha, jo, schlack. Komm. Ach, der leck mich doch am Arsch. So, und du gehst noch da. David! Ja, ich hab viel zu viel zu tun. Äh, äh, äh. Ich wünschte, ich wünschte, hätte ich auch. David tut eigentlich nur so. David, der tut, der tut eigentlich nur so. Der hat eigentlich gar nichts zu tun, der stellt das nur immer so hin. Okay, okay. Ich, ah, noch den einen, dann hab ich's aber. Für die einfach hier synchron, denn die Bäume fahren. Ach doch, noch einen mehr. Äh, jetzt kommt schon. Ja, die blöden Bauarbeiter, die bewegen sich. Ich hab noch mehr Einheiten, Alter. Auch diesen Zucker. Äh, verschanzt dich doch einfach mal. Danke. Ich schätze, du wirst, ich schätze, du wirst bald Hanoi eingehen, oder? Muss ich. Ich kann mich jetzt nur noch, ähm, militärisch expandieren. Ich könnte jetzt noch ins, hier irgendwo in die Mitte irgendeinen Siedler schicken, aber dann hat er keine Ressourcen. Das ist auch nicht besonders gut. Oh, ich schleiche mich gerade so an Hörslab vorbei. Okay. Oder... Wer einfach die zwei... Ich hab mir schon wieder einen Bautrupp geholt. Was, was ich auch überlege, ist, ob ich nicht eine Stadt einfach über dem Meer gründe, also mir irgendwo eine kleine Insel suche. Ich... Oh. Nein, das glaub mir. Glaub mir, das bringt gar nichts. Das ist richtig. Ja, und Alex, ich würde dir auch gar nicht empfehlen, die, äh, Stadtstaaten einzunehmen, weil, äh, ich würde denen ein bisschen Gold geben. Ja, ich muss denen ja Geld geben, aber ich hab kein Geld. Was soll ich sagen? Du kriegst nachher Geld, ja? Beklag dich jetzt. Ja, ich hab jetzt doch noch keinen. Jetzt... Sonst könnte ich wenigstens irgendwie Stockholm gegen Deutschland aufhetzen. Das würde mir schon mal viel helfen. Lol. Der Stadtstaat Monaco hat eine Nachricht. Wie von Monaco erbeten habt ihr das verbaren Lageshirt? Freunde. Oh. Ja. Oh, und das war eigentlich direkt... Ja, du hast ja einen wichtigen Partner. Okay, wir können eigentlich jetzt hier Schluss machen, er hat Monaco. Äh. Was? Jetzt machen wir den Schluss, also wir haben jetzt eh verloren, ne? Ja, natürlich, Monaco macht euch fertig. Ja, ja. Ich glaub, ich seh' noch gleich auch. Also mich auf alle Fälle. Nö, Monaco kann nix. Die sind zwar Level 6. Boah, die sind echt Level 6. Ja, aber die Stadtstaaten machen ja auch nix. Rio oder Januar wünscht sich das wundergroß der Leuchtturm. Noch niemand gebaut, Wahnsinn. Hätte ich vielleicht doch mal einen Sinn. Echtes Leuchtturm. Ja. Ich hab überlegt, ob ich das baue. Ja, mittlerweile, also ich bin sicher in Paris oder in meiner Hauptstadt würde ich das in 10 Runden fertig haben, aber ich brauch's halt nicht. Jetzt, jetzt gibt er wieder. Ne, ich meine, ich hab einfach nicht vor, irgendwie eine Seefahrer-Nation zu werden. Das überlasse ich. Wer ist denn hier? Ja, ja, Japan ist doch die große Seefahrer-Nation von uns allen. Gesellschaft. Ja, ja, klar. Nö, die fahren nur bis zu den... Oh, sorry, sorry, falls das grad so aussieht, als würde ich dich angreifen. Nö, nö, macht hier keine Angst. Ich... Ich brauch grad, ich brauch grad nämlich... Ähm... Ich wollt grad nämlich in Barbaranlage angreifen, aber das hab ich schon kaputt gemacht. Und du... Apropos, ich muss mal unbedingt den aufwerten. So, Katharina, handeln wir mal offene Grenzen für beide. Ähm... Da, du gehst da hin. Der Vorschlag ist annehmbar. Gut. Ich kann auch durch Russland durchmarschieren. So, ich hab zwar gar keine Katapulte, aber ich glaub, so langsam wird's ernst. Wie meinst du? Also, ich könnte jetzt natürlich... Probleme haben die Leute, also wirklich. Ich kann natürlich mit... Ich kann natürlich mit Bukarest jetzt eine auf Freunde machen. Nein. Ich kann Bukarest aber natürlich auch angreifen, weil die haben Pferde und alles. Nein, nein. Auf der anderen Seite... Also, ich würd's halt anders machen. Wenn du nämlich ihnen 500 Gold gibst, dann kriegst du die Pferde und dann kriegst du die Edelsteine. Und kultiviert, das heißt, dein Kulturbonus dürfte um 5 steigen. Also, musst dir überlegen. Mhm. Und das Problem ist, gleich wird's eh tot sein. Und dann musst du wahrscheinlich mir 500 Gold geben. Wem hab ich grad fast Krieg geklärt? Irgendjemand hab ich grad fast Krieg geklärt. Bedeutet das etwa Krieg gegen Washington? Nein, dankeschön. Das muss nicht sein. Also, die machen wir noch fertig. Oh, der hat aber echt alles zusammenhängen, gell? Mhm. Ich hab auch alles zusammenhängen bei mir. So, was macht er? Warte noch ein bisschen. Geht da hin. Gott, das sieht so traurig aus bei mir. Zwei kleine Städtchen. Ja, ich hab auch nur drei. Einheiten. Hä? Hast du schon deine vierte, Alex? Ja, mit eurem... Äh, ich hab das meine dritte. Ich hab mir überlegt, ob ich irgendwo eine vierte baue. Aber irgendwie hat sich das bis jetzt nicht gelohnt. Ich hatte keine Ahnung, wohin. Okay, was baue ich? Ich baue... Ich baue... Das braue ich jetzt erstmal. Aufrecht ist es jetzt. Ich baue jetzt einen Speer und den lass ich erstmal irgendwo rum erkunden. Ah, gute Idee. Ah, gute Idee. Ähm... Ähm... Ah, jetzt krieg ich meine erste geile Einheit. Yes. Oh, das reduziert Kosten fürs Militär. Das nehm ich. Ich hab grad schon zwei Hopliten gebaut, ja. Ich probier's jetzt einfach, gell? Ich bin aber schon eine ganze Stufe oben drüber. Ich hab schon Pikiniere. Ne, Hopliten sind meine Spezialeinheiten. Wie kann das sein, dass ich immer noch überm Felix bin? Weil ich hier die ganze Zeit nur am Einheiten rumswitchen bin. Bis alle da sind. Und jetzt kann ich langsam... Oh nein, ich kann sie nicht modernisieren zu Schwertkämpfern. Ich habe gar kein Geld. Bin ich eigentlich behindert? Ah, weiß nicht. Ich habe die ganze Zeit... Ich habe die ganze Zeit... Dieses hässliche Eisending. Aber ich bin einfach zu dumm, um das zu kaufen, dieses Feld. Ich hab's die ganze Zeit schon, aber ich kauf's einfach nicht. In sieben Folgen hab ich mein... Äh, in sieben Runden hab ich mein Boot. Oh, ey. Hat der jetzt eh nur 20 Runden gedauert... Äh, 13 Runden bisher gedauert. Oder mehr. Also an Russland bin ich jetzt auch fast vorbei. Wenn das los wird. So, nächste Runde. Ja. Bin ich für. Jetzt... 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 So langsam... Cempuktu ist gewachsen. Das freut es mich. Ja. Ach, endlich nächste Runde ist endlich Währung fertig. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch. Zufälligerweise. Ich erkunde mal ein bisschen da im Land wieder. Ja, mein Ziedler-Trupp ist fertig. Ich hab nichts Besonderes mehr gemacht. Ich steig grad hier bei mir unten alles auf. Na gut, dann... Ich hab über dir noch nicht erkundet, dann werd ich da mal hingehen. Kann ich ein Koloss bauen? Nö, nö, aber mittlerweile... Es wundert mich echt, dass die KI-Spieler so überhaupt gar keine Wunder bauen. Weil die gehen eigentlich ziemlich schnell auf großer Leuchtturm und Koloss. Ich hab zum Glück das Glück, dass wir beide freundlich gesehen sind. Noch? Ja. Also die KI... Also zumindest diese Freundschaften bei den KIs, die sind ja immer sehr schnell brüchig leider. Hast du ja mit Deutschland schon Erfahrung gemacht. Ja, ja. Also lange ich bei denen durchlaufen kann mit meinen Siedlern und Kriegern. Und halt Eindruckkriegern. Damit ich da drüben eine Stadt gründen kann, ist mir recht. Und danach sind die immer angepisst. Immer. Wenn du mit denen mal Krieg hattest, dann kannst du mit denen nicht mehr normal machen, weil die immer angepisst sind. Ich mach mal... Ich muss auch mal... Ach nee. Passt schon, passt schon. Washington... Oh, Washington hat auch Silber. Ich kann denen einen Elfenbein geben wollen. Hä, der gibt... Hä, warum geb ich denen sofort zwei Elfenbein von mir? Geht nicht. Du gibst ein Elfenbein und behältst eins. Du kannst niemals... Also... Jeder kann von dir nur eins kriegen. Wenn du... Also das Elfenbein verschwindet, aber das heißt halt nur, dass sie schon Elfenbein haben. Achso, geil. Ich hab grad... Jetzt hab ich Silber. Jetzt ist bei mir auch niemand mehr Agro. Jetzt hab ich bei meinem Plus 5 zufrieden. Ja, vielleicht meine Zufriedenheit sieht aber auch schrecklich aus. Gleich für mich. Ich brauch umgend irgendwas, was mir da hilft. Mein Zufriedenheit ist jetzt wieder auf zwei. Mein Zufriedenheit ist jetzt wieder auf zwei. Ja. In Birma ist es ja auch so, dass sind die Leute auch zufrieden, weil ihr Land halt nix schafft. Aber dafür können sie halt zufrieden sein, nicht wahr? Ich hab mal kurz die Frage an euch. Ich hab mal kurz die Frage an euch. Da, Leute. Wie Alessandra. Ja. Habt ihr... Jetzt gleich, komm. So, endlich Währung. Alex ist cool, lieb den König. Ich hab das Zeitalter, Mittelalter erreicht. Sehr schön. Pornös. Ihr habt die Währung entdeckt. Ich... Ich... Gehe... So geil. Ähm... Na komm, das braucht nur eine Runde. So, Siedler. Auf was geh ich denn als nächstes? Bauwesen. Bauwesen zu Metallguss. Bauwesen zu Maschinenbau. Oh ja. Na komm. Mach mal Bauwesen dann genau. Die... Offenen Grenzen. Willst du mit mir nochmal offene Grenzen haben?